Nur mal so zur Info, nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, der ist nicht mehr im Klaren, äh, King Fabian hat sich umbenannt, äh, ich schätze mal, vielleicht, wegen der Aktion vielleicht auch nicht, ähm, er hat sich umbenannt, er ist jetzt Zedgyni, nur mal kurz zur Info, äh, der gewastete Spieler, der reinhackt, ist Zedgyni. Seht ihr, das ist die genau gleiche Szene, und äh, er hat sich jetzt im Minecraft umbenannt. Äh, jetzt nur mal kurz so zur Klarstellung, weil, äh, sonst weiß man nachher gar nicht, wer das ist, aus dem Clan, der das war. Also jetzt hier noch einmal die beiden Szenen, und einmal kurz, dass ich zeige, dass er sich gerade im Minecraft umbenannt hat, heißt da jetzt gerade Zedgyni. Man sieht das jetzt hier, das, genau, das ist das, was ich schon bei 1 gezeigt habe, halt nur, dass man das jetzt weiß, wie er jetzt gerade heißt.